Was ist das Ergebnis? Aber alles, auch wenn wir 5-0 gewinnen, gibt es immer noch etwas zu lernen. Aber ich habe eigentlich alles erklärt, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, wo wir richtig gut anfangen, wo alles aussieht wie die letzten Wochen. Und dann, wo wir einen halben Schritt später kommen. Nicht, dass wir das wollen, aber das passiert einfach. Und in der Halbzeit haben wir das auch besprochen. In der zweiten Halbzeit sieht es dann auch wieder besser aus. Und das meine ich. Es geht jetzt nicht darum, dass wir gewonnen haben oder verloren. Nur es geht darum, wir haben unsere Chancen gehabt. Die Spieler wissen selbst, wenn wir die haben, müssen wir die Tore machen. Aber ich habe total Vertrauen, dass unsere Mannschaft viele Tore machen wird diese Saison. Aber wichtig ist, dass wir nicht diesen Schritt später kommen. Und das war für 30 Minuten so. Nicht das ganze Spiel, 30 Minuten. Und wir wünschen uns das jede Minute auf die ganze Saison, dass wir immer das gleiche Niveau haben. Das heißt Top Niveau. Und das war nicht heute. Danke. Danke, Winnie. Danke. 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 Danke.